Dadurch, dass es weniger machen auf YouTube, hast du automatischen Wettbewerbsvorteil, wenn du dir den Aufwand gönnst, dass du Videos machst. Warum ist es aufwendiger, auf YouTube Content zu posten? Naja, weil jeder Post ist ein Video. Also YouTube sind rein nur Videos. Aber da gibt es mittlerweile so Shorts, das heißt, du kannst ganz schnell irgendwas aufnehmen in deinem Büro oder irgendwo, weniger als eine Minute raufladen. Und auch da gibt es quasi diese Shorts, wo du schnell Content produzieren musst. Also es ist nicht eben immer zwei Stunden Arbeit für ein Video, so wie ich das hier gerade drehe. Das ist für mich insgesamt einmal ein bis drei Stunden Arbeit, bis ich dann meine Videos alle geschnitten und raufgeladen und alles optimiert habe und so weiter. Und das mache ich halt einmal die Woche oder alle zwei Wochen einmal. Dann lade ich sie alle hoch mit einem Timer, zeitlich versetzt. Und wenn man sich diesen Extraaufwand gönnt, funktioniert super mit YouTube. Man kann die Videos dann auch sozusagen recyceln in LinkedIn und auch in Facebook und noch sonst wo. Von daher richtig gut, weil es eben relativ verhältnismäßig wenige noch machen. Und das hat zum Beispiel auch den Vorteil, bei Suchmaschinenoptimierungsmaßnahmen wirst du viel leichter gefunden mit Videos. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wenn dich das interessiert, auch gerne bei mir melden oder in die Kommentare reinschreiben. Das war Social Media. Okay, jetzt haben wir noch zwei Punkte offen. Ich habe jetzt gerade den Faden verloren. Muss ich mal kurz pausieren. Und ich habe jetzt auch origin ausgenommen. So. Okay. So. Okay. Vielen Dank.